Da hat er sich da fast verzockt mit der Zeit. Alles gut gegangen, Glückwunsch. Fiona und Gregor Fischer, herzlichen Glückwunsch. Mosefixstunniers 2011, Peter Schwingt. So meine Damen und Herren, wir haben den Hindela Cup 21 gesehen hier beim Mosefixstunniers. Hier haben wir schon mal eine sehr ordentliche Vorstellung. Am Sprung, sehr dynamisch, gut abfuselt, genügend was Kühle. Das ist mir gelungen und darüber freue ich mich sehr.